Ich bin so schlecht Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Multiplayer Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer Wir sind hier auf dem Multi-Cube Server, oder? Ja genau, Multi-Cube Steht auch noch in meiner Videobeschreibung Genau, und wir spielen jetzt eine Runde, oder ein paar Runden Super Jump Super Jump, bleib still, ich will dich einladen So, Super Jump nehmen wir Red Growth Red Growth, werde ich mal accepten Ach, die ist das Ich habe eigentlich an eine andere gedacht, aber egal Und so, und schon habe ich gewonnen Also ich mache das jetzt in einem durch Ja, der Typho ist nämlich besser als ich Ich sage nicht, dass er gut ist, aber ich bin dafür in einem Verschlechterung Ja, und ich bin schmerz Ja, wihihi, wihihi Wihihi, wihihi So viel zum Er ist gut Nee, wihihi, wihihi Oder nee, so viel zum So viel zum Thema, er ist besser als ich Ich laufe einfach bei so einem Scheiß. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich besser bin als du. Ich rede ja auch über mich. Hast du grad nicht gemerkt, dass ich mich grad selber beleidigt hab? Aber... Ist schon spät. Ja, gell, ich wollte grad sagen, ich weiß ja nicht, was du als spät siehst. Das haben wir ja schon öfters festgestellt. Ja, ich hab schon meine warme Milch... So, warte, ich muss hier mal mein Dings öffnen, um zu gucken, wie lange wir schon aufnehmen immer. So, ähm... Oh, das war jetzt ja ne total spannende Moment. Ja, Mann. Hauptsache, ich hab gewonnen, ne? Ähm, was nehmen wir denn jetzt? Ah, mal geh schlafen! Okay, nehm an. Nicht husten, akzepten. Vor allem akzepten, ne? Oh, die ist das. Oh, ne, das kenn ich gar nicht. Wir haben die auch noch nicht gespielt, aber ich hab die halt schon gesehen. Und die ist kacke. Doch, wir haben die noch nicht gespielt. Idiot. Uiihihihihihi Oh, uiihihihi Ich seh dich. Ähm, da hinten. Lalalala. Das Schöne ist, bei dir kann ich mir immer schön Zeit lassen. Ich bin nicht gegen die Spiele. Die eine Runde, die wir vorhin gespielt haben, die hat übrigens ich gewonnen. das ist das weiß aber ich kann es hat niemand gesehen hat dass der jetzt weiß es wieder mehr das ist doch wer sagt dass das die Wahrheit ist wir wissen beide das die Wahrheit ist ne aber die anderen ja nicht ach scheiße wir sitzen und die Wahrheit sagen und sagen dass es die Wahrheit ist hä was laberst du gerade du wirst jetzt den Amtsland besitzen und zu sagen und sagen dass es die Wahrheit ist dass ich gewonnen habe ich habe uns jetzt wieder gewonnen es ist du bist ein Mann ich sag doch die Mäbe ist scheiße erst die Runde scheiß ich schon die Runden die Runde war kacke die muss ich rausschneiden tut mir leid dann war die Falle auch kacke Underworld Way war die die zu lang ist ne die wir noch nicht hinbekommen haben da die haben wir noch nicht die Map haben wir noch nicht die nehmen wir jetzt ach die ist das okay also wir hatten die noch nicht aber ich weiß nicht ob ich das drin lasse es im auch sein soll und er hat von Wolken es ist ein Baum Idiot Alter inzwischen nicht hierher die 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 neuen Bäume kennt die etwa nicht es ist einer von den neuen Baum sollten die in der Version dazu ja aber ich hatte teilweise auch wer hat und in Zeit hat hast du für Vorstellungen Alter eine Fantasie was er das hervorstellungen seit in der 1 das gibt es das gibt es das das ist ich bin so schlecht und in Parkins von ja man hat es sowas um die Ecke springen ich hasse es ein paar hübschen und also schön so muss das doch mehr als aber ein scheiß Sprung bei einem einfachen Sprung bin ich ganz runter tja lass uns das bitte schaffen, ich hab keinen Bock mehr das zu machen einfach nach einer Minute gibt er schon auf, alter ist ja peinlich einfach, einfach, einfach ach, das ist doch ein Scheiß das ist doch ein Scheiß das ist doch ein Scheiß ach ja, weil wir genügend Leute finden wenn wir genug Leute finden und endlich mal das Spiel kauft und wir zusammenbringen in den Server zu starten, dann wird bei uns bald auch PTT kommen also Titten in Terrestown hätte ich gerade dumm oder so, also ich bin ich gerade dumm oder so, ja bin ich okay hey, wie konntest du schon einmal runtergefallen sein, hier ist nirgendwo weit und breit Wasser ja normalerweise von Baum runtergefallen ja normalerweise ist es aber doch so, dass wenn man Wasser berührt, dass man dann einen Times fallen bekommt ich bin aber trotzdem runtergefallen ach, hast du das Gras berührt einfach nein, ich bin nein, ich bin ich habe wieder zum Spawn hingehen müssen ja, aber wo das ist ja die Frage ich bin an einer Stelle runtergefallen, bin aber nicht zurück teleportiert worden, ich habe dann wieder zum Anfang gehen müssen ja, aber bei dir steht rechts ja, aber bei dir steht rechts Times fallen 1 ja, sieht sehr gut aus ach, was ist jetzt ach, Checkpoint leck mich doch der erste Checkpoint ja, Mann ach also ich wusste noch nicht mal, dass es irgendwo irgendeine Map gibt, wo es Checkpoints gibt ja, und jetzt? wo werde ich da wieder hoch teleportiert? ah, okay ja, okay, also wenn du das Gras berührst ähm ja, habe ich mittlerweile auch hingehen wie du siehst, habe ich nämlich oh, das ist doch kacke, ist das aber ich bin wirklich leck mich aber ich bin so froh, dass es hier Checkpoints gibt, Alter weißt du, ich versuche die ganze Zeit auf der falschen Seite das Baume so hochzuklettern so geht das so schwer ach, Mann, oh so, so, sofort der erste Sprung, den kriege ich nicht hin, Alter ne, okay, ist der zweite ah, bist du was, was wolltest du grad sagen? so, ich habe ihn hinbekommen ja, 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 ja oh, ne, da ist Wasser oh, oh, oh Wasserhilfe Gott, so, hab ich ja lieber Wettbewerbschaft immer wo genau muss ich hin? nach da hinten okay ah, ah, ah alter, das wird ein Scheißsprung oh, das ist doch schweiß ah, ah fuck okay, also, da dann das, äh dass es Checkpoints gibt, sieht man oh oh erhöht dass es eine mega lange Map ist Nein ich hab das Gefühl du denkst noch wie es halt deine Fresse, Alter nein, wie konnte ich den Sprung verkacken? verkacken du sollst deine Fresse halten hast du nicht gehört? Lass mich oder? Spacken, du aus deiner Muschie, Alter. Ich bin so schlecht. Nein. Bist du eigentlich inzwischen auch schon bei dem Checkpoint? Hättest du wohl gerne, ja? Hey, bist du dumm? Hätte ich nicht gerne. Nein, bin ich nicht. Das ist schön. Das hätt ich gerne, ja. Ja, Wunsch erfüllt. Jetzt kannst du noch mal ein wenig auf die Eier gehen. Yay! Wad je. Wie wad je? Ach man, ich bin so schlecht, Alter. Oh, jetzt zusammenreißen diese Leitersprünge sind eigentlich nicht... Okay, danach kommt der Checkpoint übrigens. Ah ja. Ach, das ist doch... Was? Checkpoint 2? What? David Weech Checkpoint 2. Liest du in meinem Chat. Ja, eh. Da wunde ich mir hier. Hä? Sieht jetzt noch nicht weiter als du, oder? Ich bin doch bei Checkpoint 1 oder nicht? Ja, ich... Bei welchem Checkpoint bist denn du? Ich gehe hier so auf einem roten Wollblock. Ja, da bin ich hier auch. Nachdem er ein paar Leitersprünge gemacht hat. Ja. Boah, dieses ist so kacke, Alter. Das ist so kacke, Alter. Dieser Sprung ist unmachbar. Junge, Junge. Ach, was ist das denn? Lass mal hier... Meinst du den langen? Nein, der ist ja noch einfach. Aber hier kommt so ein... Ja, ich habe ihn geschafft. Und, und? Ich weiß nicht, wann ich teleportiert werde. Dann laufe ich immer vom Checkpoint rum. Ich bin jetzt im... Im Baum drin. Ja, ich auch. Du bist... Das Wasser. Was? Renn! Renn! Wo? Da oben! Ja, du bist runtergefallen. Dein Ernst? Wirklich? Ich bin ins Wasser gefallen. Nein, das meinte ich aber nicht mit im Baum drin. Bist du bei diesem einen Leitersprung da? Ich bin... Also da kommen zwei so etwas längere Sprünge dann über eine Leiter und da muss ich im Baum drin und dann ist dann so ein Wasserbecken sein. Ja, ah, da bist du jetzt, okay. Denn nach diesem Wasserbecken kommt der größte Scheißsprung, den es gibt. Oh, das ist auch ein Scheißsprung. Scheiße, wenn ich es mal aus diesem Wasser gibt, keine Wasser... Ja, ich hab den Sprung geschafft. Wo muss ich hin? Da. Und jetzt? Äh, da drüben kann ich nicht. Wo muss ich hin? Darüber? Äh... Hä, wo zur Hölle muss ich hin? Das ist doch niemals eins, zwei, drei... Doch, das ist ein Vierersprung. Ich bin zu früh gesprungen. Ich bin schlecht. Wusstest du das eigentlich? Oh, fuck! Fuck! Ich schaff das nicht, da in das... Wenn man da aus dem Wasserbecken rausspringt, also... Diesen... Mit diesen zwei Leitern? Nein, da bin ich noch gar nicht. Ich schaff es da nicht. Ja, das wirst du sowieso bringen. Ich schaff da... Da ist wieder ein Sprung, den ich nicht schaffe. Warum wird man da nicht gleich aufs Gras? Ach, Mannu! Danach ist wieder so ein langer Vierersprung. Er ist doch eigentlich... Ach, Mann, Alter! Erst kommt da so ein kack Leitersprung, wo man von Weitem seitlich an eine Leiter dran muss. Der geht noch. Und danach kommt da so ein scheiß Vierersprung, den ich geschafft habe. Ja! So, und jetzt Leiter. Alter, wie lange ist diese Map? Oh, das geht... So, 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 oh, und... Lalalala, lalalala! Ja, endlich. Yeah, ich bin the best one of the world. Ja, ich würde sagen, eine machen wir noch. Ich würde mal eine Shisha-Setupen. Ähm, irgendeine kurze. Nein, das war... Nein, nicht akzepten, nicht akzepten. Accepten, accepten. Äh, wie, wie macht man das, dass man nicht acceptet? Nein. Okay, okay. Ich wollte doch die hier. Opsa. Scheiße! Hast du abgelehnt? Ja. Ach, Idiot. Da. So. Oh Gott. Ach nein, das ist doch die gar nicht. Nein, komm, Slash-Up, die ist viel zu lang. Viel zu lang. Hallo, ich will dich akzeptieren. Äh, ich meine, da. Anfragen. Mann, welche ist das denn? Die Star Void ist das, genau. Und dann war es doch vorher die richtige, Alter. Ne, ne, ne. So, und stell dir vor, die werde ich jetzt auch gewinnen. Dann hätte ich einfach drei Runden gewonnen. Habe ich das richtig verstanden, dass er jetzt immer die nimmt, die er gut kann? Äh, nein. Nein. Aber, na, eigentlich schon. Ich kann nämlich alle gut. Außer Streamline. Das ist, das gibt's nicht. Ich bin beim vorletzten Sprung runtergefallen. Ja, das ist aber normal bei der hier. Die ist eigentlich, äh, ziemlich einfach. Aber da ist, glaube ich, ein einziger Sprung dabei, der ziemlich schwer ist. Ja, die ist natürlich weg, alles. Weil, dann schaffe ich gar nichts mehr. Nein, ich bin auch beim vorletzten Sprung runtergefallen. Ne, aber es kann gar nicht sein, dass ich nur die nehme, die ich gut kann. Denn die jetzt hier vor, die haben wir noch kein einziges mehr gespielt. Ah, jetzt ist alles weg. War denn da jemals was da? Ja. Sonst hätte ich es ja nicht bis dahinten geschafft, oder? Ja, Glück. Wie wäre es damit? Ach, hey, David, ich sehe dich. Ach, es ist doch. Ach, ich, ich, Gott. Jetzt ist auch alles weg bei mir. Ich muss wieder langsam machen. Warum ist denn der Sprung so schwer? Das gibt's doch nicht. Es ist wieder ein langer halt, ne? Boah, ich hasse langer Sprung. Ja, ist echt so. Ach, Mann. Ich hab's zweimal in Folge bis dahinten hin geschafft, ohne ein einziges Mal runterzufallen, ne? Aber nee. Ich mach da jetzt nicht nochmal, dieser Hohlkopf, Alter. Ach, es ist doch so schweiß, ist das. Oh, ne Mist, ey. Nein, David, ach, nicht ich. David muss fallen. Das ist doch scheiße, ist das. Boah, mein Herz. Ja, gut. Eigentlich steht es ja jetzt 2-2 vom Gesamten her, aber jetzt hier auf der Aufnahme steht es 2-1 für mich. Also, hab ich gewonnen. Hilfe in Slime. Okay, ich würd' sagen, äh, das war's. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ne? Ähm, links kommt ihr zur Weiler-Mod-Vorstellung und rechts zur Heads-Mod-Vorstellung. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen,